Halt, Stopp. Servicehinweis. Nicht alles im folgenden Video, was gesagt wird, bitte für bare Münze nehmen. Wir spielen heute zu dritt Oddballers für euch. Ein paar Runden. Wir haben es noch nie gespielt. Es wird ganz hervorragend oder ganz, ganz furchtbar. Kommt ein bisschen darauf an, wie man es sieht. Das ist der Ben, das ist die Mel und wir legen sofort los. Viel Spaß. Jetzt habe ich mir euch beiden erstmal eingeladen, weil wir Oddballers spielen wollen. Ein Völkerball, wie Till Lindemann ursprünglich mal mit seiner Band sagte, Völkerball, inspiriertes Spiel, was rausgekommen ist. Jetzt von Ubisoft gepublished, kürzlich. Und wir gucken mal direkt rein. Wir sind in der Lobby. Wir wissen selber, glaube ich, alle drei nicht so richtig, was uns erwartet. Lass uns erst kurz mal checken, wer ist wer. Wer hat denn da eine Ananas oder was das war in der Hand? Ich bin der Rabbit. Das war ich gerade hier. Ich habe die Lockenwickler drin. Also du bist Player 3, grün. Mel, du bist der Rabbit, blau, äh, rot. Und ich bin, boah. Ich habe übrigens den schönsten Controller der Welt, weil ich noch mal so gesagt habe. Ich bin der Typ, ja, ja. Ja, der ist sehr schön, Mel. Du kannst dir da in die Kamera halten oder da in die Kamera. Wunderschön. Äh, ich bin blau. So, und was wir jetzt machen, wir spielen jetzt ein paar Matches und ich habe gelesen in diesem Schnell, äh, 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 Dingens hier. Ah. Hä? Da. So, wir beginnen. Mit dem Schnelldingens. Ah, guck mal da, wir haben einen KI-Kamerad dazubekommen. Ähm. Ah, Susi. Und wir beginnen in 20 Sekunden. Also. Es geht gleich los. Es gibt 18 verschiedene Minispiele, habe ich mir gelesen in diesem, in diesem Spiel. Und sie sind alle, so leicht haben sie irgendwas mit Völkerball zu tun, mit Dodgeball. Und, ähm, der erste, der sieben Wins hat, der kriegt einen Matchball, bedeutet also dann beim achten, so wie ich das verstehe, gewinnt er. Also. Es geht los. Ich, im Grunde genommen. Ja, mhm. Werde mal sehen. Ah, wie ich das nicht vermisst habe. Wir haben schon lange nicht mehr hier so mit mehreren Leuten gespielt, muss man sagen. Zu lang. Bumpkin Farm. Ja, die sehen eigentlich original aus wie wir, oder? Ich bin so gespannt, ne? Ich hau euch alle los. Versuche zu überleben, alles klar. Achso, da sehen wir es nochmal. Okay, bewegen. Wer zuletzt übrig ist, gewinnt. Ausweichen mit X, werfen mit Kreis. Bereit. Zwei, eins, es geht gleich los. Bereit machen. Ja. Bereit. Oh, je, je. Warum hast du so ein Emoji über... Geht weg. Susi ist... Hä, wie hat denn Susi mich jetzt ge... Aha, okay. Ha, ha! Überbande? Mies. Oh nein. Sag mal, was kann ich jetzt eigentlich mit dem Ding machen? Irgendwie hat mich Susi eben ge... Wieso hat... Susi konnte mich eben irgendwie schubsen, habt ihr das gesehen? Ja, aber ich hab noch nicht rausgefunden, wie. Oh nein. Er hat es hier einfach ein Hütchen genommen. Ach, warte mal. Ich verstehe es. Oh nein. Warum explodieren... Wisst ihr, was ich nicht checke? Warum mich Mel hier getroffen hat, verstehe ich gerade nicht. Ich versack. Oh, was? Oh nee. Jetzt ist leider genau das eingetroffen, was er haben wollte. Aber wisst ihr, was richtig geil ist? Irgendwie steuert der hier ganz komisch. Weil, habt ihr das auch? Wenn ihr den Ball aufhebt, schmeißt der sofort in irgendeine Richtung? Ist das so? Nee, das bei mir ist das nicht passiert. Ich muss immer kreisdrücken. Hast du wieder deinen Cheatcode eingegeben? Naja. Das war jetzt super komisch gerade. Das ist Auto-Aim. Player 1 hat gewonnen. Ich glaube, das war ich. Oh nee, du stinkst. Geh weg. Komm weg, Susi. Nein. Ah, macht mir das Spaß jetzt schon. Oh Gott. Du Schweinehund. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, nein. Lass mich auf. Oh, das Hütchen. Hallo? Das Hütchen, ich will das Hütchen haben. Gib mir das Hütchen. Ah, ich weiß. Mit Kreis kann man weg... Zack, aber warum? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab dich mit dem Hütchen getötet. Hier, replay. Ganz kurz. Ganz kurz sehen. Da. Also, was ist denn hier schon wieder los? Ich hab mich ein bisschen zu viel gefreut. Also ich sehe schon, das hat auch Potenzial, Freundschaften hier zu zerstören. Ja, für meinen Geschmack freut sich Kevin halt schon wieder zu viel. Ja, nee, echt. Schön, dass ich euch eingeladen habe und nicht die, die es richtig können. Oh, die Wiener. Das müssen wir machen. Okay, guck mal, das ist schon was anderes. Bringe Honig zum Laster, um Punkte zu erhalten. Ah ja. Alles klar. Verstanden. Ganz kurz für euch. Wenn man den Ball nicht hat, hab ich gerade rausgefunden, mit Kreis konnte man so wegdäunen. Das, was die KI eben bei mir gemacht hat. Okay. Schubsen? Ja. Vorsicht, zerbrech dich. Oh, K.O. mit einem Treffer? Was? Guck mal, ich hab's eben angekündigt, dass ich die KI bekomme. Ich hab dich. Oh, nee. Okay. Ich versteh's nicht. Wieso? Wir müssen den Honigtopf hier in der Mitte zum Laster bringen. Es gibt einen Honigtopf, den muss man zum Laster bringen. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ach so. Übrigens Player 2. Nein. Das bist du, ne? Nein. Lass mich. Hallo? Kann ich dich nicht einfach schützen? Du musst mich beschützen. Du musst mich nicht schubsen. Wir sind zwei Teams. Seht ihr das unten? Blau und Rot. Benni ist mit... Nein, nein, du musst werfen. Du musst werfen. Du musst werfen. Nein, du musst werfen. Gleich. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein. Scheiße. Also, Mel, hast du verstanden? Ja, schütz mich ruhig. Schütz mich zum Laster. Ja, ja, ist okay, Mel. Nein. Nein. So, jetzt, Mel, beschütz mich. Ja, ja, ja. Da, der Benni kommt. Der Benni kommt. Ich seh's schon. Ich komm, ich komm, ich komm. Nein. Zack. Schönen Topf hier. Susi, los. Ja, ja, ja. Hol den Topf. So. Ah, nee. Zack. Sehr gut gemacht, Mel. Sehr gut. Ja, ich bin ein lebendes Schutzschild. Ach. Time win. Nix time win. Ihr habt nur einen Punkt, du Dödel. Ja. Wir hätten auch noch einen zweiten holen können. Aus Versehen. Ich hab echt nicht gecheckt am Anfang, dass wir Teams haben. Ich auch nicht. Ich hab am Anfang, also, ich dachte, man ist einfach, also, auch nur aufgeteilt. Aber es hat schon Sinn gemacht, ne? Also, okay, zweite Runde. Ah, okay. Jetzt spielen wir zusammen. Mel, wir sind, nein. Nein, ich bin immer noch mit. Okay, warte, warte. Scheiße, aber warum gibt's keinen Ball oder so? Ah, hier. Scheiße, scheiße. Mel. Du musst ihn mit dem Hümmchen abwerfen. Ja, ich hol's ja schon. So wie ich jetzt. So, ich mach einen Punkt jetzt für uns, okay? Ist das in Ordnung? Das ist so dreckig. Jawolli. Was macht denn hier Susi? Was war das denn? Was war das denn? Ich wurde elektrogeschockt. Ja, so gehört sich das. Nein, ja Susi. Boah, abgewirkt, du Sch***. Nein. Zack. Geh weg, Mel. Lass mich. Ne, das könnte man so. Los, nein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Stirb, Susi. Benni, weh, du kommst der Mel so nah. Ich mach dich kaputt. Nein. Sehr gut. Wir haben schon wieder zwei Punkte, ne? Ja. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mel, das war richtig gut. Nee, das war nicht. Ja, Susi. Zerstörung. Ja, nein. Hä? Mel, Mel, schnell. Susi kommt. Nein. Scheiße. Scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Nein. Zack. Das würde mich jetzt aber ärgern. Jetzt komm, ich bin hier. Mach dich weg. Hat der den einfach gut genommen? Schneller, schneller, schneller. Oh, nein. Nein, Mel. Das gibt's doch nicht. Mensch, spawnt einfach genau vor dir. Richtig gut. Das war richtig gut. Guck dir das an. Da. Das wird auf einmal da. Das war richtig gut. Oh, das hat mir sehr gefallen. Ja, das hat mir auch total gut gefallen. Das war doch ein witziger Modus. Ja, das war total witzig. Hat mir total viel Spaß gemacht und war super witzig. Weißt du, ich habe am Anfang gesagt, wer kriegt denn NPC? Rupfe, Hühner, um Punkte zu erlangen. Oh, das ist, äh, die werden, äh, nein, 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 guck mal, die werden sauber gemacht. Ja, klar, Waschanlage. Genau. So. Okay. Nein. Oh, ich habe das Huhn irgendwie. Die Frage ist, müssen wir in unterschiedliche Aparate schmissen? Ach so, da sind wir anscheinend, da geht immer eine auf. Oh. Warum? Hahaha, ich habe die Mäler reingeschmissen. Und jetzt ist es mir sauber. Jetzt ist es mir sauber. Was fände ich? Oh, 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 oh. Das Huhn, nein. Nein. Da ist das goldene Huhn. Wie, das goldene Huhn? Na, ist das wieder vor dir gespawnt? Hast du mir deinen Schichtkorb eingegeben? Hahaha, ich weiß überhaupt nicht, wovon du reingeschmissen. Oh, 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 da ist... Ja, nein! Hey! Nein! Ey, Susi hat mich einfach weggekickt. Oh, ja, das lief ja besser als wieder... Oder auch nicht. Nein, zwölf... Oh! Was war das denn? Was war das? Du hast mich einfach weggebombt. Junge. Warum bist du eigentlich... Geh doch mal weg, Player da! Nee. Ey. Weißt du, eben konnte der NPC gar nichts, ne? Aber jetzt... Wo er gegen mich ist, ne? Das... Gibt es nicht. 14 Punkte! Ich glaub, der Guinness-Buchmann klopft gleich. Noch nie hat einer so viele Punkte in diesem Spiel gemacht. Ich, ich... Weißt du... Kennst du das, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sagt man besser nichts? Weißt du was richtig geil ist? Wenn die Leute Far Cry gesehen haben, wissen sie wie doof ich bin im Videospielen. Und jetzt trete ich hier an und... Ach guck mal, ich hab schon gewonnen gleich. Ach, hoch! Wie viele Spiele spielen wir nochmal? Oh, ich hab den Timer auch gar nicht gestartet. Gut. John! Überlebt als Maskottchen am längsten? Wer ist denn das Maskottchen? Also müssen wir einfach nur ausweichen? Ne, ich find's nicht. Ja, ich hab's mir ja gar nicht gedacht. Mach dich weg. Oh ja, das hat ja... Oh, du hast aber viel Leben. Ne. Hä? Bist du schon tot? Du bist geschreddert worden. Du bist überfahren worden, ja. Nein, ich bin... Ich bin in den Rasenmäher gekommen. Kann ich auch mit dem Ball schmeißen, eigentlich? Also wir sollten uns nicht gegenseitig hier... Ey, Susi hat uns gerade beide geschreddert. Guck mal, und... Weißt du, da hat Kevin wieder seine Cheat Codes ausgepackt. Ja, echt. Ich bin das goldene Huhn. Das gibt's nicht. Hier, du... Jetzt auf das Huhn. Ey. Also... Also der NPC ist jetzt erfolgreich gegen uns. Oh Gott, ey. Das war Kevin's neues X-Spiel. Das gibt's echt nicht. Ich glaub, noch nie hat einer so lange überlebt. Ne! Mach dich kalt! Warum? Ja! Au! Zack! Da gab's einer. Boah, ich hab einfach nur 8 Sekunden überlebt. Jetzt schnell auf Mel! Alle auf Mel! Oh! Was war das denn? Du hast ihn gefangen. Ey, man kann diese Strohballen auch wegziehen, ne? Du musst die... Du musst die... Ja, ja, ich... Moment. Geh mal weg. Die Mel! Ich will die... Oh! Was hab ich denn jetzt geworfen? Eine Giftwolke? Okay. Wo bin ich denn? Ach da. Ja. Ey, Benni, bist du eigentlich blind oder was? Ich bin gar nicht mehr da. Was macht denn der NPC da? Ja, der... So! Schluss jetzt hier! Mein Gott! 41 Sekunden ist ja knapp, ey! Jetzt ist der NPC alle auf dem NPC. Ganz ehrlich, ne? Ja, schreit an den kaputt! Zack! Zack! Das gibt es, also... Ja, guck doch da unten, 46 Sekunden. Mel war ganz nah dran. Dann hättest du vielleicht nicht gegen Mel spielen müssen in dem Moment. Weißt du, der NPC war gegen mich richtig gut. Der hat mich einfach mit dem Rasenmäher überfahren, ne? Aber eben? Ganz im Ernst fragen, was der eigentlich gemacht hat die ganze Zeit. Der NPC. Der Rasen gemäht. Wo kein Rasen ist. Uns gemäht, nieder gemäht. Mich direkt am Anfang. Ja. Warum mach ich das eigentlich noch? Ich spiel so ungern mit dem Kevin Spiele, ne? Boah, mir zieht's jetzt mal wohl. Hätt heute Home Office machen sollen. Ja, das denk ich wohl auch. Aber mal Shit Talk beiseite. Das macht schon richtig Spaß. Ja, ist mir klar, dass dir das jetzt Spaß macht. Mein Gott, kann man hier nicht einmal... Warum ist denn dein Spieler noch so wie er ist? Warum ist er so? Weil er so weit von mir entfernt ist. So weit ist er... Mir seid ihr schon ein bisschen ähnlich. Meiner ist schon eingeschlafen. Das passt auch sehr gut. Schaumfinger. Schaumfinger. Ja, Schaumfinger. So, wir haben uns nach der ersten Runde, die ich erfolgreich gewonnen habe, für alle, die sich nicht mehr erinnern können, ähm... Entschieden nochmal zu spielen. Ich würde sagen, selbe Charaktere einfach, ne? Sonst ist es verwirrend. Ja, ja. Und wir sind zurück auf der Bomkin Farm. Genau, wir machen nochmal die Farm. Vielleicht kommen jetzt andere Spiele. Ach ne, nochmal dasselbe. Das ist überlebender. Ach komm, wir machen einfach nochmal dasselbe. Was ist das? Das ist diese komische Giftbombe, die ich... Geht weg. Ja, cool. Ich bin in meine eigene Giftbombe gekommen. Boah, was war das denn? Warum sterbe ich jetzt an dem Gift? Boah, was war das denn? Ja, Gift. Oh! Mel! Was war das denn? Ich hab euch einfach alle rausgeballert. Das war... Guck mal hier, ich hab hier Susi und Mel nicht in dem Moment. Das hab ich überhaupt nicht verstanden. Hast du gesehen, du hattest so einen richtigen Powerwurf auf einmal? Was war das denn? Das war mit Schmackes. Ich hab das Gefühl, das war weil du durch das Gift geworfen hast. Kann das sein? Das wär krass. Wisst ihr wie ich meine? Ja. Du hast auf jeden Fall durch die Giftwolke geschmissen. Zack. Gibt's nur einen Ball? Ja, ne? Ne, zwei. Echt? Ne. Ne, du hast einen und... Ah ja, Kevin. Ich sehe, was du da gemacht hast. Au. Boah. Was ist denn das hier? Zack. Hä? Hä? Was ist denn der 2? Ach, das bin ich? Ich kann doch euch schießen. Was ist zur Hölle? Was? Was passiert denn? Du Schweinebriester. Ja, ich hab gewonnen. Eindeutig. Also das hab ich jetzt aber auch nicht richtig geschickt. Nicht mit keinen. Hä? Also guckst du dir an. Guck, auf einmal ballert er mich da. Da! War doch klar. Was war das? Was war das? Ich bin noch dabei zu begreifen, warum ich verloren habe. Sag mich doch nicht so was. Na gut. Und nun? Müssen wir wieder Honig holen oder was? Oder wie? Oh, oh, oh. Ja. TNT. Zack. Oh. Oh. Den Wurf meine ich. Ja. Der ist... Warum hab ich... Nein, nicht bei ihm. Oh, wo bin ich? Oh. It's out. Not the beast. Ich bin jetzt von der Biene getürzt worden. Was passiert denn hier verflucht noch eins? Also ich find's gut. Ich find das Spiel... Guck da, was das für ein Replay ist. Lächerlicher Quatsch hier. Ja, so fühlt man sich auch einfach mit Susi zusammen spielen. Erschlagen. Susi. Also... Mann, 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 Mann. Tanz auch wie ich. Der hat vor allem ein schön hübsches Röckchen an. Also ich hab ne Menge von dem, was gerade hier passiert ist, überhaupt nicht. Ich hab das vollkommen durchblickt. Einfach nur draufhauen. So, alle tun ins gleiche Ohr. Hebe das Horn hoch und spiele darauf. Und spiele am längsten auf dem Horn, um zu gewinnen. Na gut. Spielt der automatisch auf dem Horn? Das weiß ich nicht. Ey, der heißt Benni. Wer? Achso. Ja, du bist aber der Ben. Hallo, Team. Seht ihr das? Team? Ja. Team. Wer ist Team? Ich und Susi? Ne. Ah, wir beide. Benni, wir sind im Team. Ja, geil. Okay. Schnell. Oh, Mel, geh doch weg mit der Scheiße da. Ja, Mann. Oh, oh, oh. Du weißt schon, was wir machen müssen, Mel, ne? Ja, ja, ich lauf gerade zum Horn. Oh, Mel, wie gut bist du eigentlich im... Alter. Mel. Wie gut kannst du eigentlich... Oh. Fuck. Achso, ich kann dich nicht so... Wow. Ich komme, ich komme. Ja. Ja, ja, haut dich. Zack. Ich liebe. Okay, das gefällt mir. Okay, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir sehr gut. Ist das doof. Nein! Oh. Ah, Susi hat gleich nichts mehr. Ja, genau. Ja. Oh. Oha. Los, Kevin. Ja. Ich hab's. Ja. Ja. Sehr schön. Das ist super witzig. Das ist super. Dieses... Dieses... Was, ein Greenplay. Wie du das leidest. Hey, Mel, warum bist du eigentlich so gut in Empfang? Aber ich bin immer noch dabei, zu verstehen, kann dein Superschuss vielleicht sein, weil... Tatsächlich jetzt ernsthaft, weil der voll aufgeladen war. Weil der war wirklich... Du hast mich mit einem Ding, hast du mich kaputt gemacht vorhin. Ja, wenn du lange gedrückt hältst und dann triffst, ist das wundervoll, weil dann... Ach, nochmal. F*** dich, Susi. Nein! Rette mich, Benni! Ja, ich... Süß. Alter, was war das denn? Susi war das. Ja, Susi. Die ist ein guter Teamplayer. Du, 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 du... Leck damit! Ja, hier. Ja, sehr... Nein! Danke! Boah, ich bin einfach sofort raus aus der Map. Oh. Scheiße! Was macht die da? Dieses Geräusch! Oh, oh, oh. Oh. Haben wir. Sehr gut. Ich wollte gerade noch dir zurufen. Spiel du und ich mach die anderen einfach kaputt die ganze Zeit. Kaputt. Kaputt. Was ein Replay. Das Spiel macht Spaß. Das war sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes Partyspiel. Das kann man auf jeden Fall zusammen gut spielen und... Ja, finde ich auch. Also es kann Freundschaften schließen und Freundschaften vernichten an einem Abend. Also wenn wir das mal spielen sollten, spielen wir es ohne Kevin und dann ist es gut. Und ohne Susi. Ach, schon wieder hier Last Survivor oder was? Jetzt zuletzt übrig ist gewinnt. Versuche zu überleben. Team Deathmatch. Oh, was hier? Oh, wähle eine Regel. Flutschfinger. Flutschfinger. Wälle können nicht gefangen werden. Karo mit einem Treffer. Jeder sechste Ball ist tödlich. Jeder sechste Ball ist tödlich. Das finde ich gut. Ach, du heiliger. Geil, gibt's noch so... Wollten alle. Oh, das ist ja jetzt interessant. Entscheidet ihr jetzt das Spiel oder? Susi. Susi kriegt das nur, oder was? Oh, nein, nein. Ich glaube, das ist der Modus. Und du hast ja deine Auswahl getroffen. Und wenn Susi jetzt was anderes gewählt hätte, Ach so. Dann wäre es der Modus gewesen. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Es ist hier keine Demokratie, sondern in dem Moment entscheidet das los. Zack. Aber das war schon der sechste... Hä? Verstehe ich nicht. Ach so, aber wisst ihr, was ich meine? Zack. Ja. Jetzt habe ich mich darauf konzentriert, das zu verstehen, was da passiert. Ja, ich auch gerade. Ehrlich gesagt. Ja, das war der Fehler. Ich verstehe einfach nicht, was hier passiert. Mach's einfach. Ich mach einfach. Na gut. Es kam mir jetzt gar nicht mehr dazu, dass der sechste Ball tödlich ist. Aber es gilt jetzt immer noch, ne? Nein. Ey. Wow. Ja. Ja. Ja, siehste. Siehste. Ich weiß jetzt, was man damit macht. Ich weiß. Ich kann diese Ballkanone werden. Und dann schießen. Ja, und dann habe ich mir das zurückgeholt, Mel, was du dir genommen hast. Ah, deine Ehre und deine Würde. Was du mir genommen hast. Ja. Mein Lieb. Oh, was ist das? Du hast Emojis gemacht? Wie? Ich. Ich. Ah, hier so. Hier, kacke. Oh, oh. Die, Susi, die. Wie bei. Hä? Huuu. Haha, scheiße. Ich bin tot. Oh, nee. Was bin ich? Zack. Alter, Benni, ey. Was ist das denn? Also, ich habe nicht mit Würde gewonnen, aber mit Stolz. Haha, mit Lockenwicklern. Hinterrücks. Hinterrücks, richtig. Au. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ja. Ich glaube, das schneidest du alles hinterher raus. Weil du nicht gewonnen hast. Die Runde hier, die schneide ich auf jeden Fall raus. Ja, ja. Aber jetzt ist dein Matchball. Oh, Matchball. Ich verstehe. Mhm. Oh, nee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn da die Tür aufgeht und das, was Gott hier zu sehen ist, dann wird mir ganz anders. Player 2. Player 2. Zack. Oh, das war knapp, Mel. Zack. Oh, Mel. Jetzt hat was ihr aber richtig gegeben, hast du gesehen? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Player 3. Grün. Oh, nein. Jetzt alle auf Player 3. Grün. Oh. Ja, das fand ich gut. Oh, ja. Mel. Machst du weiter. Ey. Nein. Alter, Benni. Ich hasste gar nicht. Wieso krieg ich dieses blöde Hünchen nicht? Nein. Lass mich. Nein, Susi. Wir werden doch immer ein Team. Stirb. Nein. Oh. Wir brauchen einen Ball oder so. Susi wieder. Top. Du hast doch einen Ball. Nein. Über Eck. Bande. Mit Bande. Versteht ihr? Jetzt habe ich so viel Druck auf mir. Ja, 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden ist eine lange Zeit. Bokok. Ah. Ja. Ne? Oh. Oh. Oh, oh. Nein. Haha. Mel, geh weg. Ich bin schon ein Hühnchen. Bokokok. Sehr gut ausgewichen, muss ich leider zugeben. Vielen Dank. Ah. Nein. Nein. Ja. Jetzt ist er in der Ecke. Nein, er führt. Oh. Ich drück doch nixverf***te Sch***e. Sprich doch, du Hühnchen. Boah, nein, 30 Sekunden. Meine Fresse. Okay, auf wen? Aua. Auf die Susi. Was ist denn Susi da unten? Ist sie ein Ei? Keine Ahnung, mach es kaputt. Ja, siehste. Sehr gut. Also, naja. Wie also, naja. Ach, Leute ey. Mir ist ganz warm. Mir ist auch richtig warm. So. Also, das mit dem Hühnchen kann ich gut. Den Rest manchmal nicht so. Matchball abgewehrt. Hä, du auch Matchball jetzt? Ja, ich hab sieben Punkt. Ich hab grad Plus drei gekriegt. Plus drei gibt das? Ja. Weil das sehr schwer ist als Hühnchen. Was ist denn? Aha. Fang Hühner. Und ja, werf sie in die Waschanlage. Ja. Nein. Boah, was war denn das? Was war denn das? Ich weiß schon wieder hier gar nicht. Wo bin ich? Oh nein. Hä? Warum nimmt er denn diese Sch*** Hühner nicht? Warum geht das hier nicht auf? Ja. Jawohl. Nein, Mel. Nee, geh weg. Warum hin? Ey, ohne Scheiß, Susi. Willst du mich eigentlich ver***en? Wenn Susi am Ende gewinnt, ne? Alter, Susi! Ja. Also das eine Hon hier, ne? Ja. Wo wollen es so? Nein. Nein! Warum? Ja. Jawohl. Es ist aber unentschieden. Ich hab auch zehn Punkte. Ich hab auch zehn Punkte. Ja. 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 Stimmt. Aber ich glaube, durch seinen Matchball hat er gewonnen. Oder nicht? Ich glaube, wenn ihr jetzt beide Punkte kriegt, ist das automatisch Bennys achter Punkt. Er hat gewonnen. Wisst ihr, wie ich meine? Das hast du aber sehr gut gemacht, Mel. Ich bin sehr stolz auf dich. Hör auf. Hör auf da. Muss sie doch nicht aufbauen noch. Mel weiß schon, dass sie das Spiel ganz gut kann. Ganz ehrlich, ne? Wenn wir jetzt die dritte Runde spielen, dann wird uns Mel mega kaputt machen. Oder ich wieder. Kommt drauf an. Oh, nee. Hahahaha. So, wir haben uns entschieden, noch ein drittes Match zu spielen. Ähm, damit die Mel eventuell auch heute mal einmal am Treibchen stehen darf. Am Treibchen stehen darf. Wir sind schon drin. Und wir haben jetzt A Thousand Islands ausgewählt. Könnte aber bei Far Cry 6 sein. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Das kennen wir. Letzter Überlebender. Ab geht die wilde Fahrt. Rest in Peace, Susi. Hahaha. Susi. So. Wollen wir mal sehen. Vermisst du sie ihn? Nö. Oh, ich sehe Kanonen. Ich sehe wieder. Oh. Warum schiebt John die Kanonen um die? Ach, scheiße. Die, äh, die... Ich dachte irgendwie, die Hühnchen fliegen auch ums Eck. Nee, die knallen einfach nur auf. Oh, 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 oh. Was? Was? Uiuiui. Ah, verstehe. Ah, okay. Oh. Nee, John. Nein. Oh. Nein. Nein. Hahaha. Uiuiui. Oh. Mel, du warst das, ne? Okay. Ah, guck mal da. Ich hatte jetzt einen Schuss, oder was? Was will ich jetzt tun? Ist das dein Ernst? Ich bin so ein... Nein! Ist das dein Ernst? Du alter F***. Hahaha. Guck's dir an. Danke, dass du mich dann an... Ich hab Benni angeguckt. Du hast mich erschossen. Ich hab klar nix gemacht. John weiß. Wer war denn die... Nein, Quatsch. John hat gewonnen. John hat gewonnen? Und du warst die Kanone. Hör auf! Hör auf! Es geht heute ab nichts zu essen. Pff. Eie... Scheiße. Jetzt... Jetzt bin ich wieder die Kanone, ne? Ja, okay. Wunder ich bin dieser Jedi Trainierball. Was? Was ist das? Dieses... Keine Ahnung, aber ich bin... Kugel. Wow! Oh. Pff. Ich bin so dumm. Weißt du, ich bin auch noch so dumm, zu sagen, ich geh mal gucken was passiert. Achtung! Zack! Hier, komm doch zum Ball! Komm zum Ball! Bitteschön! Boah! Decke! Ja, ich war ein Krebs. Ich bin dieser Jedi Trainierball, finde ich gut. Wie du dich einfach an ihm geschmied hast und dann so, hi, ich fress dich jetzt. Ja klar, mit Krebs zu fressen Menschen. Das hat mir Oddballers gelernt. Und Ruthähne. Also die Musik ist viel entspannter als das Spiel, muss ich sagen. Kevin, wo bist du denn hin? Ich hasse dich so sehr, Mel. Nee, Mel. Darf ich ganz kurz mal was sagen? Verstehst du, was ich meine? Ich werfe auf dich, du wirfst zurück und ich bin mit einem One-Hit tot. Weil ich wurde noch gar nicht getroffen vorher. Geh weg! Zack! Na also. Habt ihr euch eigentlich gegen mich versprochen? Nein, aber ich finde das minimal unfair, dass du immer so Power-Würfe hast. Weißt du, wie das funktioniert? Und Power-Fänger. Wenn du fängst, dann wird das automatisch ein Power-Ding, weil du gefangen hast. Und dann kannst du mit einem One-Hit einfach... Wir spielen hier die dritte Runde. Und jetzt gibt Melanie ihr... Das habe ich... Ja, ich muss doch mein Wissen erstmal bei mir behalten, damit ich weiß, wie das hier geht. Oh nee, ich hasse das bei Mel zu starten. Uiuiuiui. Jetzt hackt John. Jetzt hier. Nein! John! Mel! Warum immer ich? Jetzt aber! Oh was? Das ist ein Bumerang? Oh Gott! Das ist ja... Nein! Das ist richtig unberechenbar! Oh! Oh! Okay. Weg! Oh! Oh! Wenn man jetzt noch treffen könnte. Ja! Warte! Oh nein! Nix! Warte! Du stirbst jetzt! Nein! Lass mich! Oh! Ah, schade. Boom! Nee, nee, nee. Hm? Oh oh. Hey! Fucking shit! Weg! Weg! Nee, ich find das okay. Nein! Drohtähne! Drohtähne! Oh nein! Oh, die kommen jetzt! Oh! Falsch, hab ich aufgedrückt! Schaste, lass das so sein! Drohtähne! Drohtähne! Ihr habt genau gesehen. Ich hab Kreis gedrückt und wollte... Nö! Ich hab genau auf deinen Controller geguckt und gesehen. Nein, aber das hat man gerade gesehen. Ich wollte natürlich springen und hab aber Schubsen gedrückt. Das sah so aus, als wolltest du die Mine in Empfang nehmen. Okay. Ultimative Wurfscheibe, fange die Wurfscheibe innerhalb der gegnerischen Endzone. Das ist ja wohl dein Spielmel, oder? Okay, also werfen in der gegnerischen Endzone. Okay, alles klar, werfen und beim Gegner fangen dann. So, sind wir denn jetzt in einem Team? Also es ist so Rugby-mäßig oder was? Scheiße, ich hab John. Oh, leck mich doch. Ich hab... Ja! Mel, du gehst nach vorne und fängst. Oh, nee, das, äh, ja, nee. Hä? John, wie soll's gehen? Wie stellst du dir das vor? So, warum... man kann ihn aber nicht. Bäm-bete-bäb! Sehr gut, John, falls du mich hörst. Ja, los! Ja, ja, du musst, du musst... Ja, nimm! Ja, ja, ich komm... Jetzt, 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 komm, ey. Kriegen wir hin. Schade. Nein! Nein, John! Yes, 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 yes. Sehr gut, und... Nein! Nein, nein, los, Mel, ja. Die können wir nix. Warte, warte, warte. Du kannst nach vorne laufen. Komm, hier über... Oh! Hä? Was? Ja! Oh! Oh, ja! Nein! Nein! Fuck! Scheiße! Oh Gott, es ist mir doch... Nein! Oh Gott, John, bist du eigentlich doof, oder? Ja! Ja! Ihr habt einfach gefordert. Schreist den armen Kerl an! Ja! Der hat doch nur das gemacht, was du von ihm wolltest! Ja! Also, John hat alles gegeben! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Komm, jetzt locker! Machen wir! Ja! Genau! Ah! Nee, nee, nee! Oh! Guck dir das an! Jetzt! Nein! Okay, okay, okay! Ich mag das sehr, wie ihr mich beide anguckt! Also! Als könnte ich was dafür! Komm, meh, meh, meh! Oh! Hoch! Runter! Geh weg! Nein! John, bist du eigentlich dämlich? Jetzt! Mach den armen Jungen nicht so fertig! Oh! 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 Arsch! Nein! Oh! Das ist... Ja! Ja! Jetzt verliere ich den Glauben an die Menschheit, ehrlich! An John! Oh! Hier mein... Nein! Na! Sehr gut, John! Ich wusste es! Du bist mein Mann! John! 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 Hört ihr das? John! 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 Los! Warte! Hier! Hier bin ich! Hier bin ich! Ja! Drei Sekunden schaffen wir zwei Punkte noch! John! Easy! John! 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 Nein! Das war auf Zeit gespielt! Ja und? Das ist klug! Taktisch ist das! Taktisch! Ach Kinder, jetzt guck mal da! Ist der Steuer-Controller auch so? Ja, ja, ja! Nein! Meiner nicht! Meiner hat Grip! Eure nicht so, ne? Weiter! Verflucht! Der Brummerang ist verflucht! Weiche ihm unbedingt aus! Cool! Nein! Jetzt kann ich ihn ja nicht mehr einfangen! Alles klar! Boah! Fieses Spiel! Hm! Na gut! Das ist wie heiße Kartoffel! Ja! Kennt ihr das noch? Ja! Mhm! Schön! Gutes Spiel! Ah ja! Entschuldigung! Ja, behalte ihn ruhig, John! Ja! Gar kein Problem, würde ich sagen! Weg! Nein! Weg! Ach so! Du kriegst eine gewatscht! Nee! Nee! Auch jetzt nicht! Ja! Weg, Mel! Mel! Gehst du weg mit deinem Krebsf**k! Nein! Ey, ihr wollt mich doch wohl fahren! Ja! Und! Da hat's geknallt! Hast du ihn angekrebst? Ich sag da gar nichts zu! Ich sag da jedes Mal gar nichts zu! Ich lass die Bilder sprechen! Du bist vom Blitz getroffen worden, nicht vom Krebs! Ja, ja! Drei Punkte gibt das! Du bist vom... Junge! Äh! Äh! Vielleicht hätte ich dich lieber angreifen sollen, sonst wäre ich glaube ich egal! Nö! Nö! Das ist schon okay! Au! Letzter Überleben da! Also das schon wieder! Explodieren wieder Dinge! Rasenmäher werden aktiviert! Truthhäne fallen vom Himmel! Krebse krebsen dich an! krebse krebsen lücher nicht denn links warum habe ich direkt warum habe ich was habe ich da war das einfach so einfach ist es dann doch nicht scheiße ich dachte die bombe explodiert sofort die mine die du da gestreut hast aber das braucht ein paar sekunden bis die explodiert was hat mich denn getroffen kann eine unkugelschlauch ne kokosnuss ne weg kleine male nein was war das was war denn das jetzt jetzt sind wir beim bennig zu hause ich kann nicht mit dem fisch schlagen dass er zack was wolltest du eben sagen kevin was ich denn den fisch los gar nicht zack hast ihm eine geknallt mit dem fisch nee nee du musst den leuten dann schon ordentlich eine ballern über bande nein ich hab dich angegräbt das sind die das blöde ist wenn du den fisch in der hand hast kannst du nicht mehr fangen das ist doof ja ja den musst du ja schmeißen nee den kannst du nicht schmeißen du kannst nur schlagen nur eine watschen und dann kannst du den ball nicht fangen ja ja verstehe ok ist das halt passiert ist jetzt matchball oder ist jetzt durch matchball für dich junge junge vielleicht läuft die vielleicht boxe ich euch jetzt alle einfach in die lava rein ja ja wir boxen uns jetzt alle gegenseitig einfach in die lava rein einfach hey gott sei dank sie melde nicht hinter mir her was mit john hier ich bin ganz abgeschnitten naja du verschanzt dich da hinten schön komm john ok ja das ist ja ein spannendes wenn man hier noch einen ball hätte wäre es eigentlich geiler oder ja irgendwie schon aber bestimmt kommt gleich wieder ein trutharn vom himmel so john ist schon mal hinüber mel hat mel hat hat das problem gelöst hat das problem gelöst hat das problem gelöst mel hatte den high ground zuerst was ist das denn jetzt jetzt fallen die überall ach das möchte das macht überhaupt keinen sinn warte da liegt der da einfach in der ecke guck mal da rechts alles ist auf mich drauf aber hier war zuerst tot Tja, so ist das Leben. Was denn Scheiße? Schön ist es. Matchball abgewählt. Ach Gott, ne. Guck nicht so, ich seh das genau aus dem Augenwinkel. Oh Gott, es will immer, wenn die Tür auf geht, dann ist mir ganz komisch. Oh ne. Ah, ich bin ein Papagei. Ne, du bist ein Papagei. Ich bin das. Ach ja, klar. Hast du das gesehen, Mel? Zack. Das dauert viel zu lang. Oh. Hey, das gibt's nicht. Zack, Überbande. Klar. Oh, fast. Fast wäre ich weg gewesen. Oh, ich bin high, guck mal. So, Mel, schnell mit kurzem Prozess, ja? Ne. Boah, den hab ich sogar gefangen. Melanie. Junge. Ey. Ja. Ausgewichen. Wie ein junger. Gott. John, Alter, bist du eigentlich bescheuert? Der hat den Ball gefangen. Ja. Ja. Nein. Boah, sniping-Skills hier. Gar, ich führe. Uiuiui. John, gib mir doch mal das Ding jetzt hier. Nein. 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 Ja. Aber 32 Sekunden. 32 Sekunden. 32 Sekunden. Ja. Vor allem hast du eigentlich schon gewonnen, ne? Weil der Matchball ist zwischen uns beiden. Ja, es sei denn, Mel hat er noch. Oh, du hast den. Ja. So macht man das nämlich. Über John. Ja, so war das der Plan. Oh, John hat aber richtig zu leiden hier. Payback. Haha, Payback. Revenge. Time to Revenge. Boah, John doppelt getroffen sogar. Ja, damit hat, äh, Benni, ist gewonnen, ne? Alright. Schön. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Oddballers für den Moment. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Probiert es aus, selber. Spielt es selber mal. Schreibt es uns in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Yes. Und, äh, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei allen Videos, die demnächst kommen. Vielleicht schaut ihr mal Oddballers rein. Äh, es war uns eine Ehre. Wir hoffen, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Haha. Wir hatten Spaß. Also wir waren unterhalten. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. Tschüss.